Du willst endlich in Aktien investieren, aber weißt nicht, wie du dein erstes Portfolio aufbaust. Der erste Schritt ist dabei der wichtigste, aber die meisten machen ihn falsch. In diesem Video erfährst du Schritt für Schritt, wie du dein Aktiendepot aufbauen kannst und schlimme Fehler vermeiden kannst. Hallo, ich bin Maxim Rohde, dein Coach für den Aktienmarkt. Lass uns mal schauen, wie du perfekt starten kannst. Vielleicht hast du auch noch einige Sachen, die dich verunsichern. Ich verspreche dir, nach diesem Video wirst du Klarheit haben. Bleib auf jeden Fall dran, weil ich werde dir versprechen, dass du nach diesem Video auf jeden Fall den Entschluss triffst, endlich mit diesem Thema mal durchzustarten. Schritt Nummer 1, setze dir ein klares Ziel. Die meisten Leute überspringen diesen Schritt und wollen direkt die ersten Aktien kaufen. Vielleicht kannst du das ja auch bei dir selber beobachten, dass du diesen Drang hast, endlich mal Aktien zu kaufen. Aber am Ende des Tages ist das nicht der Weg. Du musst erst mal wissen, was willst du überhaupt erreichen? Wie viel Geld willst du deinem Aktiendepot überhaupt investieren? Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Und einfach mal einen klaren Plan aufstellen. Ich kann dir da auch Tipps mitgeben, worauf du achten musst. Es hängt natürlich ganz davon ab, wo stehst du im Leben? Bist du jetzt 20 bis 30 Jahre alt, 30 bis 40, 40 bis 50, 50 bis 60? Das sind natürlich erhebliche Unterschiede, weil der Anlagehorizont immer kleiner und immer kürzer wird. Wenn du natürlich jetzt mit 50 Jahren anfängst zu investieren, keine Sorge, es wird sich immer noch lohnen. Aber natürlich hast du einen kleineren Anlagehorizont bis, sage ich jetzt mal, zum erwarteten Renteneintrittsalter, als jetzt jemand, der mit 30 Jahren anfängt. Und dementsprechend muss man vielleicht auch gewisse Dinge, gewisse Ziele anpassen und da natürlich das auch immer individuell setzen. Denn ein klares Ziel wird dich dazu motivieren, wirklich dran zu bleiben. Als ich vor 10 Jahren mit dem Aktienmarkt angefangen habe, habe ich mir irgendwann einen klaren Plan entwickelt, den ich bis heute erreicht habe und ausbaue. Und so hatte ich auch bei kleinen Fortschritten wirklich die Motivation, weil ich ja wusste, wohin will ich denn irgendwo auch landen. Schritt Nummer 2. Wähle deine Investmentstrategie. Wenn du dich rund um das Thema Aktienmarkt beschäftigst, vielleicht auch auf meinen Kanal gekommen bist, auf Instagram, wo auch immer du mich entdeckt hast, dann wirst du gemerkt haben, sobald du dich dafür interessierst, dann wird der Algorithmus auf Social Media dir viele Sachen zu dem Thema Aktien, Finanzen und Co. ausspielen. Und dabei wirst du natürlich auch vielleicht teilweise verwirrt sein, weil du merkst, hey, es gibt Trading, es gibt Day Trading, es gibt Swing Trading, es gibt das langfristige Investieren, es gibt so viel und vielleicht weißt du gar nicht, was es alles gibt, ja, und bist vielleicht auch ein bisschen erschlagen und du denkst dir vielleicht auch, naja, ich will ja jetzt gar nicht jeden Tag Aktien kaufen, verkaufen oder ich will das ja gar nicht zum Beruf machen, ja, und da ist man am Anfang ein bisschen verwirrt. Und ich vergleiche das immer mit der Sportart Laufen, ja, du kannst laufen, kannst du ganz normal machen, kannst du ein, zwei Mal die Woche, kannst du Hobby laufen gehen, fünf bis zehn Kilometer, du kannst aber auch sprinten, du kannst das professionell machen, du kannst Marathonläufer werden, es gibt tausende Sachen, im Kern ist das alles Laufen, aber es gibt unterschiedliche Wege und Lösungen, die dann für dich auch passen und da musst du für dich eben rausfinden, was ist für dich die geeignete Investmentstrategie und ich werde dir jetzt auch den Tipp mitgeben, was für die meisten Menschen da draußen die sinnvollste, übergeordnete Investmentstrategie ist, und das ist eben das langfristige Investieren. Das heißt, meine Kunden, ich habe über 500 Kunden bis heute begleitet, die wollen nicht jeden Tag Aktien kaufen, verkaufen, die wollen nicht gestresst sein, ja, das Handy rausnehmen, News lesen müssen jeden Tag, ja, die haben Familie, die haben keine Zeit, die haben vielleicht auch einen Beruf, der eben auch Zeit in Kauf nimmt und da will man halt einfach das Geld ja eher für sich arbeiten lassen und da ist eine Strategie, die eigentlich nur in Frage kommt und das ist das langfristige Investieren. Das bedeutet nicht, dass du 30 Jahre investieren musst, das bedeutet einfach nur, dass du dir Aktien in dein Portfolio legst, die wirklich fundamental super gut sind, die wirklich eine Substanz haben, wo eine Sicherheit da ist und du während Jahren daran profitierst, ohne dass du einen Aufwand hast. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe mehrere Aktien vor 10 Jahren gekauft, die habe ich heute immer noch im Depot, die haben über die letzten 10 Jahre eine fantastische Rendite gebracht, also viele Gewinne auf mein Konto und die Aktien halte ich immer noch und in dieser Zeit war es für mich tatsächlich null Aufwand, damit Geld zu verdienen. Schritt Nummer 3 ist, streue dein Risiko. Viele Leute, die am Anfang stehen, haben natürlich die Sorge, was ist denn jetzt, wenn ich all mein Geld verliere, ich habe hart dafür gearbeitet und das ist auch etwas, was viele Leute davon abhält, überhaupt zu starten, dass man so ein bisschen zögerlich ist und denkt, naja, nachher ist alles weg, da mache ich lieber nichts. Und das wird aber nicht passieren, wenn du dein Risiko streust, wenn du dir ein Aktiendepot aufbaust, wo du eben verschiedene Sektoren drin hast, halt nicht nur in einem Sektor, nicht nur in einem Unternehmen, sondern wirklich ein schönes, breit aufgebautes Portfolio, dass du beispielsweise in den Sektor Technologie, Payment, Luxus, Nahrung, Essen, Trinken, in verschiedene sehr, sehr gute Sektoren investierst und selbst wenn dann mal ein Sektor schwächelt, wenn jetzt zum Beispiel mal im Bereich Automobilindustrie, wo es da jetzt gerade ein bisschen brodelt, wenn es da mal schwieriger läuft, ist das nicht so schlimm, wenn du die mit im Portfolio hast, weil andere Bereiche überdurchschnittlich gut laufen und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du nie zu spitz in nur eine Sache reingehst oder im schlimmsten Fall nur auf eine Aktie setzt. Ja, das macht gar keinen Sinn. Du kannst auf jeden Fall dein Portfolio richtig schön aufbauen und auch richtig gut damit schlafen, wenn du ein breit diversifiziertes Aktiendepot aufgebaut hast. Und da fragen mich auch immer Leute, ich beispielsweise, ich habe das meiste Geld, was ich habe, privat in den Aktienmarkt investiert. Da fragen mich Leute, ja, wie kannst du denn so ruhig bleiben? Ja, das ist doch gefährlich, nachher ist alles weg. Nein, es kann nicht sein, dass nachher auf einmal alles weg ist, weil ich eine schöne Strategie habe und die bringt mir auch eben die Sicherheit rein. Der nächste Schritt ist, fang klein mit dem Thema an, ja, weil es ist jetzt egal, wie viel Geld du hast, ja, wenn du jetzt 50.000 Euro hast oder 100.000 oder 500.000 oder mehrere Millionen, es ist vollkommen egal. Viele Leute sind am Anfang bei dem Thema Aktienmarkt natürlich ein bisschen skeptisch und sagen, ja, ich will aber, ich will jetzt noch nicht viel Geld investieren, weil man hat natürlich noch diese Ängste und diese Ängste werden jetzt nicht verschwinden, wenn ich dir einfach sage, hey, du brauchst keine Angst zu haben, sondern die werden dann verschwinden, wenn du dem Thema gegenüber, ja, Schritt für Schritt reinkommst und du auf einmal merkst, ey, krass, das ist ja gar nicht so gefährlich, wie ich gedacht habe. Das ist ja wirklich etwas fundamental super Gutes und dann wirst du auch wirklich merken, ja, dass du selber mehr Lust hast zu investieren. Deswegen, ja, keine Sorge, wenn du jetzt größere Summen auch zur Verfügung hast, es macht gar keinen Sinn und du musst auch nicht mit Riesensummen anfangen. Ja, du kannst dich langsam rantasten ans Thema, dass du dem Thema eben immer mehr vertraust. Dann Schritt Nummer 5, ja, mache es nicht alleine, ja, such dir jemanden, wie beispielsweise bei mir, der dir Schritt für Schritt zeigen kann, wie das Ganze funktioniert, weil selbst wenn du dir jetzt sagst, na, ich lese mich ein, ich kaufe mir Bücher und so weiter, ist immer folgendes Problem da, du kannst dir Unmengen an Wissen anlesen, anschauen und so weiter, aber du weißt erstens nie, ist das genau das Wissen, was du gerade brauchst, ist das das, was zu deiner Investmentstrategie passt und du kannst eben auch keinem Buch eine Frage stellen und das ist eben das, was meine Kunden so zu schätzen wissen, dass sie mich als ihren Mentor an ihrer Seite haben, dass ich Schritt für Schritt auch drüber schauen kann bei ihren ersten Steps. Ich kann dann genau schauen bei dir, hey, wenn du deine ersten Investments machst, ja, ist das richtig, ist das falsch, machst du vielleicht grobe, fahrlässige Fehler und da kann ich natürlich eingreifen und sagen, hey, warte, überprüf das gerne nochmal, damit diese Fehler eben gar nicht erst entstehen und damit wirst du halt auch einfach massive Fehler, sprich auch massives Geld sparen, ja, und wenn du da möchtest, dass du mal endlich in die Umsetzung kommst, vernünftig mit jemandem an der Seite, dann melde dich super gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com Trag dich da jetzt gerne ein, ich freue mich von dir zu hören, bis dahin, dein Max und Rohde.